Oh, hallo! Du hast die Glamour-Lounge also schon gefunden? Lass mich raten, du stehst nicht auf Pink? Ich glaub, ich bin in der Hölle. Die Schule für Gutes und Böse braucht große Helden und Schuppen. Was, wenn wir in der falschen Schule gelandet sind? Du verstehst das nicht! Ich sollte eine Prinzessin sein! Seht mich an! Sehe ich aus wie eine Hexe? Oder es ist ein Fehler passiert und wir müssen schleunigst wieder nach Hause. Die Guten teilen sich kein Zimmer mit den Bösen. Entschuldigen Sie, Ma'am. Sie haben mir scheinbar das Sagen und ich bin in der falschen Schule. Oh, wie furchtbar und äußerst unwahrscheinlich. Los, rück mir von der Pelle. Und wenn er wirklich einen Fehler gemacht hat? Wenn er die beiden in die falschen Schuhen gesteckt hat? Hat das wirklich Schlimmes geht hier vor sich? Ich hab es satt, dir erbärmliche kleine Sophie zu sein. Ich muss dich hier rausholen. Ich hab's unter Kontrolle. Das glaube ich nicht. Eine Prinzessin kann nicht mit einer Hexe befreundet sein. Das Böse kontrolliert dich. Neues Ich gefällt mir. Sophie, ich bin deine Freundin. Nein, du bist meine Nemesis. Du bist meine Nemesis. Untertitelung des ZDF, 2020